So nach den schweren Verlusten bei Sevastopol und jetzt eine leichtere Mission Voronezh. Da ist es auch recht leicht das einzige was hier ein bisschen limitiert ist die Zeit und zwar werde ich zwei kleine Kampfgruppen in der Stadt vorbeischicken. Die eine geht hier lang, die andere geht hier lang und die vereinigen sich dann hier hinten. Während das Gros der Einheiten langsam auf diese Stadt zugeht auf Voronezh und im besten Falle dann beide innerhalb der Zeit. Also sowohl die hier hinten ankommen als auch hier praktisch die beiden Zangen sich vereinigen. Hier die Zange und hier hier ist noch eine Einheit, ein KV1B den ich mir holen werde. Gut dann kommen noch zwei Neuerwerbungen, eine Infanterie und ein Jäger. Ja, ansonsten los geht´s. Ja, ansonsten los geht´s. Das geht´s. Ja wer sich wundert hier stoßen wir eher auf schwache Einheiten so dass ich auch meine nicht optimierten Einheiten nochmal bringe um Erfahrung zu bringen bevor sie dann im Winter alle auf Panzer auf Tiger ausgerüstet werden Die zweite Kampfgruppe geht nach dort also auf . So, wie sieht es da aus? 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 So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, erledigt. So, leider hat er sich zurückgezogen. So, das ist ehrlich. Das war's für heute. So, das war's für heute. So, das war's für heute. So... So, das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 So, jetzt nochmal drauf. Das war's für heute. 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 Gut, die untere Front steht. Das war's für heute. Das war's für heute. So... 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 So, der Jäger, gut, jetzt, nachtanken, anhalten, anhalten, Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So. 6 verteidigen plus 1, sehr gut 300 so 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 Okay. 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 Das hakelt die Beförderung. Fünfte Panzer. 751. Schön. Okay. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 So, das war's für heute. Gut. Noch acht Züge. So, das war's für heute. Das war's für heute. So, 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 das war's für heute. Das war's für heute. So, warum Nash ist erobert? Zwei, drei Züge, dann hab ich's. Ja, weil dort nicht geklärt ist, was da los ist, greife ich auch nicht an. Gut, versauen wir mal oben hier. Das war's für heute. 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 So mein KV1W, wo ist er, hier, sehr schön, sehr schön nach dem Desaster, tut das ganz gut. So. 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 So, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.